Dürfte ich mich jetzt auch wieder dazusetzen? Ja, ich bin wieder da. Ich müsste jetzt hier auch noch ein bisschen mitmachen. Ja, 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 es bleibt genug Platz für dich. Bleibt genug Platz für dich. Du Miggi mal. Okay, das ist jetzt dein neuer Platz, ja? Mit mir zusammen auf dem Stuhl hier. Du bist eine lustig. Dann wünsche ich uns mal frohes Arbeiten.